Ich glaube, gleich kriegen wir so richtig was zu essen. Oh, eine ganze Dose Skittles. Können wir schon anfangen? Schauen wir uns erstmal die Karten an. Oh Mann, ich muss die langsamste sein. Und ich bin die schnellste. Ich hab mittlere Geschwindigkeit, ist okay. Okay. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich fang gleich an. Das ist sogar für mich zu schnell. Ich hab's. So schaffe ich die Skittles in Sekundenschnelle. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Großartig. Das sieht voll toll aus. Schaut, das ist meine Idee. Ich liebe es. Der Strohhalm macht die Sachen viel schneller. Wow, meine Zunge ist ganz gelb. Wie cool. Ist egal, ich hab noch andere Farben. Zeig mal. Oh, voll cool. Deine Zunge ist grün. Ich glaube, am Ende ist sie dann lila. Haha, deine Zunge ist bunt. Wenn du fertig bist, dann mach ich weiter. Oh Mann, ich hätte die Dinger nicht hochwerfen sollen. Komm, ich kann dir helfen. Mach deinen Mund auf. Ich treff mit den Skittles. Jennifer, du triffst ja gar nicht. Alle Süßigkeiten gehen daneben. Ach, komm schon. Dafür macht's Spaß. Ich würde mich auch gerne amüsieren. Aber ich muss noch essen. Die Bonbons sind alle. Tut mir leid. Oh Mann, ich hab nichts davon probiert. Ich hab noch alles vor mir. Mia, das ist erst mein erstes Bonbon. Mia, bitte. Ich flehe dich an. Mach schneller. Sonst wären wir noch alt hier. Ich weiß, ich muss dir helfen. Alles klar. Ich werde dir auch helfen. Schließlich sind wir ein echtes Team. Ich hab euch gar nicht gebeten, mir zu helfen. Das sind meine Bonbons. Kate, beeil dich. Mia will unsere Strohhalme durchschneiden. Das war's. Ich kann nicht zulassen, dass ihr mir meines Skittles stehlt. Oh nein, es ist zu spät. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Runde. Und was erwartet uns diesmal? Nutella. Was für eine tolle Überraschung. Schnell, nehmt euch eure Karten. Oh Mann, ich hab's nicht besonders eilig. Wollt ihr sehen, was ich habe? Cool, ich darf schnellste sein. Und ich hab mittleres Tempo. Okay. Loser. Heute bin ich der Glückspilz. Arme Kate, die wird ne harte Zeit haben. Das wird sie schon schaffen. Übrigens, ich hab bereits angefangen. Aber diese Packung hier. Ah, ich muss sie einfach durchstechen. Hurra. Ich liebe es, scharfe Nägel zu haben. Hm, ich liebe den Geschmack von Nutella. Wenn ich dich so ansehe mir, krieg ich auch Appetit. Aber da kann man ja nicht gleichgültig bleiben. Ich muss mein Tempo erhöhen. Das sieht jetzt gerade toll aus. Ist mir egal. Hauptsache, es gefällt mir. Ich hab noch nie so viel Nutella auf einmal gegessen. Ein wahres Paradies. Jennifer, deine Hände sind voller Nutella. Ist mir egal. Du bist ja richtig schmutzig. Ich kann das gar nicht ansehen. Dann schau doch nicht hin. Hör auf, mich abzulenken, Jennifer. Siehst du, ich bin beschäftigt. Ich muss mein Glas öffnen. Das ist gar nicht so einfach. Wow, ich hab noch so viel Nutella an meinen Händen. Das muss ich noch alles ablecken. Das Glas ist bereits leer. Wie schade. Aber auf meinen Händen ist noch was übrig. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Okay, jetzt bist du dran. Na endlich. Ich hab so lange drauf gewartet. Ich kann es immer warten, meine Schokolade zu probieren. Wenn du willst, kannst du auch mit mir teilen. Auf keinen Fall. Du hast deine Portion bereits gegessen. Jetzt bin ich dran. Oh, toll. Die fließt mir direkt in den Mund. Ich brauch noch nicht einmal einen Löffel. Willst du vielleicht doch noch mit mir teilen? Willst du? Okay, dann muss ich wohl meinen Ersatzplan benutzen. Haha, sie hat es nicht bemerkt. Wieso kommt da nichts? Seltsam. Boah, bist du naiv? Du hast gar nichts verstanden. Das ist meine Chance. Awesome. Oh Mann, hier kommt schon wieder nichts. Ich muss mich konzentrieren. Erika. Alles klar. Mia nimmt mir alles weg. Na gut, ich muss es einfach noch einmal probieren. Ich auch. Aua, das tut weh. Ich hab dich längst durchschaut, Mia. Du hast das bekommen, was du verdient hast. Ich bin fertig mit meiner Nutella. Also bin ich jetzt übrig. Ich muss mich ja nicht beeilen. Ich hab Zeit. Meine Geduld platzt gleich. Danke, dass du mir geholfen hast. Thank you very much. Sei nicht nervös, entspann dich. Ich schaff das alleine. Ich möchte nicht. Lass dir helfen. Das war's. Komm schon, iss endlich. Das ist so nett von dir. Du bist ne echte Freundin. Dank dir kann ich endlich was probieren. Soll ich für dich den Job übernehmen? Auf keinen Fall. Das schaffe ich alleine. Jennifer, wach auf. Ich kann nicht mehr länger hier sitzen. Hey, ich hab's fast geschafft. Na, wie läuft's, Kate? Endlich hast du deine Nutella probiert. Das war göstlich. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Und wo ist unser Essen? Oh wow, es gibt Eiscreme. Richtig große Eimer, cool. Ich kann's kaum erwarten, unsere Karten zu ziehen. Oh man, ich bin die Langsamste. Und ich kann Gas geben. Ich krieg Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann lass uns mal anfangen. Jennifer, könntest du dich ein bisschen beeilen, bitte? Ich brauch den Löffel auch. Klar, gib mir etwas Zeit. Was machst du da mir? Tut mir leid, ich hab keine Zeit zu warten. Ich will das Eis essen, bevor er schmilzt. Ich krieg's nicht raus. Ach, großartig. Hab's endlich geschafft. Das sieht aus wie ein riesiges Eis am Stiel. Was ist mit dir los, Mia? Nichts mehr geht's gut. Mir ist bloß ein bisschen kalt. Oh man, du bist ja eingefroren. Tatsächlich. Sie hätte nicht so viel Eis auf einmal essen müssen. Was hast du vor, Jennifer? Willst du wirklich den Gasbrenner benutzen? Das ist doch gefährlich. Ich würde lieber den Füllen benutzen. Come on! Ich kann mich wieder bewegen. Vielen Dank, Kate. Herzlichen Dank. Also, braucht ihr meinen Gasbrenner nicht mehr? Nein, den brauchen wir nicht mehr. Pack ihn weg. Na, endlich ist alles vorbei. Kann ich jetzt auch mein Eis probieren? Ich hab bereits einen tollen Plan. Ich mach mir eine riesige Eistüte. Das wird sicher schön. Großartig. Ich hab selbst nicht erwartet, dass das so gut sein würde. Unglaublich. Das ist ja ein Rieseneis. Lass mich auch was probieren. Nein, das Ding gehört mir. Aber das hat wehgetan. Geschieht ja zurecht. Das würde ich gerne probieren. Tut mir leid, Mia, aber diese Eistüte gehört mir alleine. Ist das köstlich. Ich liebe es. Und vor allem schmeckt das von jeder Seite gut. Das bezweifle ich nicht. Oh nein, bloß nicht das. Das Ding fällt. Wie traurig. Mach dir nichts draus, Kate. Okay, jetzt bin ich dran. Oh nein, mein Eis ist geschmolzen. Wie denn das? Aber ich könnte es jetzt trinken. Pass bloß auf, Jennifer. Ich werde versuchen, niemanden zu bespritzen. Die ist ja ganz nass geworden. Aber dafür war das köstlich. Peter, du fängst an. Kann ich machen. Oh Mann, ich habe nur ein Stück Popcorn. Oh Mist. Hört auf zu lachen. Schaut mal, was ihr habt. Ich habe einen kleinen Eimer. Nicht schlecht. Sieht köstlich aus. Und was hast du, Vivian? Wow, ich habe einen ganzen Berg aus Popcorn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hey, braucht ihr gar nicht anzusternen. Fangt mit eurem Popcorn an. Ich befürchte, ich werde das schnell zu Ende bringen. Wobei, ich könnte ja jeden kleinsten Bissen genießen. Ich zeige euch mal, was richtige Tischmanieren sind. Schaut her. Ich brauche Messer und Gabel. Und jetzt vorsichtig aufschneiden. Aufpixen. Und probieren. Das schmeckt super. Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Das war es auch schon. Hättet mich nicht drängen sollen. Ups, pardon moi. Wo sind deine Tischmanieren geblieben? Ich brauche das ganze Zeug nicht. Ich esse mein Popcorn einfach mit den Händen. So mag ich es. So schön knusprig. Hä? War es das schon? Oh, Menno. Ich habe gar nichts bemerkt. Hier kommt das letzte Stück. Das gehört mir. Ich habe es gefangen. Was hast du getan, Peter? Das ist nicht wert. Das war mein Popcorn. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Vivian, jetzt bist du dran. Ja, bin ich glücklich. Das gefällt mir total. Mein Traum ist wahr geworden. Gib mir auch was ab. Oh, wow. Du hast mir in den Finger gebissen. Ich glaube, wir müssen uns zusammentun. Sonst gibt es kein Popcorn. Lass uns diesen Staubsauger hier benutzen. Mach ihn an, Mary. Ich bin soweit. Es scheint zu klappen. Wie weit gehört dieses ganze Popcorn uns? Ist ja cool. Hä? Was ist denn hier los? Wo ist mein Popcorn hin? Schaltet sofort den Staubsauger aus. Das ist mein Popcorn. Vivian, ich kriege Kopfschmerzen von dem ganzen Geschrei. Hier hast du dein Popcorn. Ja, die haben wir aus dem Spiel genommen. Jetzt wird uns niemand in die Quere kommen. Das war den Aufwand wert. Diesmal fange ich an. Oh, wow. Das ist ja eine Packung Kaugummi. Ich liebe diesen Huba-Buba-Kaugummi. Ich will auch gleich anfangen. Gleich ein paar Stück auf einmal. Boah, ist ja cool. Ich weiß. Warte, wir werden nicht zu schnell. Zuerst müssen wir alle die Teller öffnen. Oh, genau das habe ich erwartet. Eine ganze Menge Kaugummi. Eine süße Wand davon. Hey, du sollst noch nicht anfangen. Oh, sorry. Das habe ich ja ganz vergessen. Meine Passion gefällt mir bereits. Komm her. Jetzt schauen wir mal, was ich habe. Wahnsinn. Wie konnte das alles unter den Deckel passen? Ich kann es ja gar nicht glauben. Ich bin sprachlos. Wie auch immer. Ich muss das Verpackungspapier loswerden. Ja, das war einfach. Ich kann es kaum erwarten, welche zu kauen. Ruten weg. Ich werde nicht teilen. Oh, bist du kierig. Ich bin sauer auf dich. Wie auch immer. Ich mache mich an meinen Kaugummi. Ich muss es auch nicht eilig haben. Oh Mann, ich will eine Kaugummi-Blase machen. Klappt wohl nicht besonders gut. Mit dem Kaugummi stimmt was nicht. Ich brauche eine Pumpe. Schaut mal, jetzt klappt es. Mein Plan hat funktioniert. Was für eine schöne Kaugummi-Blase. Die stecke ich mir auf einen Stock. Und behalte sie. Sieht cool aus. Gut gemacht. Ich hätte auch gerne so einen Ballon wie Vivian. Aber sie wird ihn mir sicher nicht geben. Also muss ich eingreifen. Oh nein. Was ist mit meinem Ballon los? Du hast ihn geplatzt. Komm mal. Da gibt es nichts zu lachen. Wie auch immer. Jetzt mache ich mich an meinen Kaugummi. Vielleicht werde ich ja noch selber eine Kaugummi-Blase machen können. Das war erst der Anfang. Komm mal, Vivian. Oh oh. Ist die groß. Jetzt wird es Zeit, dass ich mich einmische. Was ist passiert? Ich sehe nichts. Ich bin voller Kaugummi. Also meiner Meinung nach steht dir die Farbe gut. Oh nein. Das war ja mein Kaugummi. Sind das etwa meine Augenbrauen? Was soll ich jetzt machen? Du siehst nicht gerade gut aus. Ich habe sie wieder zurück. Peter, jetzt bist du dran. Auf den Moment habe ich gewartet. Hände greifen nach dem Kaugummi. Und ich kann sie nicht zurückhalten. Warum sollte ich auf? Schließlich gehört das alles mir. Ich befürchte, das kann böse enden, wenn du jetzt so weitermachst. Sei nicht so dramatisch. Vivian, alles ist unter Kontrolle. Bitte hör auf, Peter. Bitte. Wir können uns ja gar nicht verstecken. Du hattest recht, Mary. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Helft mir hoch. Ich stecke fest. Armer Peter. Jetzt fange ich aber an. Wow, Kekse und Milch. Aber warum so wenig davon? Ich habe nur einen Keks. Okay. Vivian, was hast du? Ich habe eine größere Portion. Boah, da bin ich ja glücklich. Ich liebe Kekse und Milch. Irgendwas sagt mir, dass Mary die Riesenportion hat? Genauso ist es. Das sind sicher 100 Kekse oder so. Oh, ich hätte gerne mit dir geteilt, Mary. Aber ich muss mich mit dem hier begnügen. Ich tauche meinen Keks einfach in die Milch. So mag ich ihn. Yeah, voll lecker. Nochmal. Oh nein. Ich habe meinen einzigen Keks in der Milch verloren. Vielleicht kannst du ihn da noch rauskriegen. Das glaube ich nicht. Bist du tollpatschig, Peter. Okay, ich werde die Milch austrinken. Und dann werde ich meinen Keks bekommen. Du hast einen Milchschnurrbart bekommen. Wow. Selbst der ist lecker. Peter, du bist voll witzig. Danke für das Kompliment, Vivian. Jetzt bist du aber dran. Oh mein Gott, ich liebe diese Keksfüllung. Die ist köstlich. Awesome. Jetzt kann ich meinen Keks in die Milch tunken. Oh nein. Ich habe ihn auch fallen lassen. Wobei, vielleicht ist ja alles zum Besten. Schaut mal, was mit meiner Milch passiert ist. Die ist ganz schokoladig. Was machst du da, Vivian? Ich mache das köstlichste Getränk der Welt. Alle Zutaten zusammenlegen und jetzt schön durchrütteln. Voll die coole Idee. Gut gemacht. Mal sehen, was daraus wird. Jetzt will ich meinen Cocktail in ein schönes Glas gießen. So gefällt es mir. Sieht schön schokoladig aus. Und den Keks setze ich auch noch drauf. Ein unglaublicher Geschmack. Ich beneide dich total. Okay, das alles brauche ich nicht. Ich will einfach alles austrinken. Mann, das war lecker. Mary, jetzt bist du dran. Come on. Ich bin bereit, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich habe so viele Kekse hier. Mh, richtig lecker. Können wir auch was haben? Denkt gar nicht erst dran. Die gehören alle mir. Oh nein, ich habe sie fallen lassen. Hier schiebt ihr zurecht. Ah, die sind in der Milch gelandet. Es ist noch nicht alles verloren. Das ist unsere Chance, Vivian. Hey, was macht ihr da? Hört auf. Jetzt bin ich ganz nass wegen euch. Wow. Mädels, ich bin so gespannt, was diese Runde für uns bereithält. Ich glaube, es wird euch gefallen. Ihr bekommt einen ganzen Haufen lebende Kakerlacken. Schaut nur, wie süß die sind. Es tut mir leid, aber ihr sollt trotzdem zeichnen. Ihr werdet es mit kleinen Fingerhähnchen machen. Es wird sehr bequem, ungewöhnlich, aber wird euch gefallen. Vergesst nicht, ihr habt nur eine Minute Zeit. Die Zeit wird knapp. Ich will zwar keine Kakerlacken bekommen, aber ich muss trotzdem meine Mahlfähigkeiten unter Beweis stellen. Ich denke, ich werde sehr gut abschneiden. Das hoffe ich, denn sonst habe ich niemanden, an dem ich mich orientieren kann. Oh Gott, mein Bleistift ist kaputt. Was soll ich zum Zeichnen benutzen? Ich habe einen Anspitzer. Ich hoffe, er wird mir helfen. Super, jetzt kann ich wieder zeichnen. Was ist mit dem Anspitzer los? Oh nein! Jetzt bin ich mit Spitzerresten bedeckt. Aber ich habe meinen Bleistift angespitzt. Jetzt muss ich nur noch Spitzerreste vom Papier blasen, damit ich früher mit dem Zeichnen beginnen kann. Fertig. Hey, was machst du? Ich bin jetzt mit Spitzerresten bedeckt. Keine Sorge, ich werde dir helfen, sie loszuwerden. Danke vielmals, das ist sehr nett von dir. Natürlich werde ich es dir danach nicht übel nehmen. Was ist das? Woher kommt das Papier? Julie, hörst du bitte auf, Dinge zu werfen? Was? Was für eine Frechheit. Julie, ist dir nicht klar, dass du mein Bild störst? Siehst du, ich kann nicht ständig abgelenkt werden. Okay, ich bringe den ganzen Bild raus. Wow, was für ein schönes Bild du hast. Ich denke, ich werde es auch nehmen. Hey, wo ist mein Bild? Es ist fast Zeit für das Ende der Challenge. Du hast völlig recht. Die Challenge ist vorbei. Zeit zu zeigen, was ihr gezeichnet habt. Witte, du hättest es besser machen können. Dies leid. Milla, wo ist dein Bild? So geht das nicht. Du wirst definitiv nicht gewinnen. Julie, du hast meinen Tag gerettet. Dein Bild gefällt mir sehr. Weil es meins ist. Stopp, Mädels, hört auf zu fluchen. Was ist passiert? Obwohl, ich will eure Probleme nicht lösen. Ich habe selbst genug davon. Milla, du bekommst Kackerlacken. Du hättest es versuchen sollen. Das ist ja furchtbar. Aber ich habe doch versucht. Wow, ich habe noch nie so viele Kackerlacken auf einmal gesehen. Was ist da unten? Ich glaube, es ist etwas glänzendes. Wow, es ist ein Ring. Mit einem echten Diamanten. Wow, was für ein Glück ich doch habe. Ja, eine echte Schönheit. Mädels, dieses Mal wartet ein noch ungewöhnlicher Preis auf euch. Merkt ihr mehr Früchte? Denn einer von euch wird diesen schleimigen, aber sehr niedlichen Oktopus bekommen. Willst du mich auf den Arm nehmen, Igitt? Und ihr solltet mit diesen Farben auf dem Glas malen. Ich hoffe, ihr schafft es. Eure Minute ist um. Ich habe als Kind viel so gemalt. Also muss ich gewinnen. Verdammt. Es sieht nur wie ein Fleck aus. Ich muss es abwischen. Ja, wie kann man so eine Aufgabe vermassen? Ich bin gerade dabei, etwas wirklich Cooles zu malen. Vielleicht ist unser Preis ein wirklich furchterregender Oktopus. Aber auch der kann niedlich und wirklich jubel gemalt sein. Ich denke, es sieht super aus. Ich stimme mir lafohlen ganz zu. Und je besser der gemalte Oktopus ist, desto geringer ist die Chance, einen Eggman zu bekommen. Oh, ich habe keine blaue Farbe mehr. Ich hoffe, Mila hat nichts dagegen, wenn ich sie mir ausleihe. Nee, ich verstehe das nicht. Du sollst mich um Erlaubnis fragen. Mal sehen, wie es dir gefällt, wenn die Flasche für immer dir gehören wird. Haha, was für ein Scherz. Oh nein, was ist los? Wie bekomme ich es ab? Ich soll zuerst mein Bild fertig malen. Mita, was hast du gemalt? Ich denke, es ist etwas sehr Unheimliches. Was für ein Albtraum. So etwas zu sagen, ist zumindest sehr unhöflich. Ich erteile dir eine Lektion. Das hat man bei Glasscherben sicher nicht sagen. Nein, was soll ich jetzt tun? Ich will keinen Oktopus haben, obwohl der Kleben, den ich für den Streit verwendet habe, könnte mir helfen. Das ist eine großartige Idee. Mädels, die Zeit wird knapp. Zeit, die Bilder zu zeigen. Hey, come on! Juli, gut gemacht. Es sieht einfach unvergleichlich aus. Wita, aber deine Leinwand ist einfach ein unbeschreiblicher Horror. Leider ist das nicht gut. Mila, von dir hätte ich auch mehr erwartet. Wo hast du es geschafft, die Leinwand zu zerbrechen? Ich bin verärgert. Ich denke, es ist nur fair, dass der Oktopus die beiden Teilnehmer erwischen, die sich mit anderen Regeln der Challenge gehalten haben. Wita und Mila, der Oktopus gehört euch. Stimmt. Esst es. Und ich werde es mir ansehen und lachen. Ihr braucht es nicht zu leugnen. Ihr müsst den Oktopus trotzdem essen. Probieren wir es aus? Higi, das ist ekelhaft. Ich fand es gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich nur mehr Angst, es auszuprobieren. Das ist wirklich ecklich. Juli, warum lachst du? Ich lasse mich nicht auslachen. Wita, ich schlage vor. Wir zeigen Juli, wer zuletzt lacht. Ich stimme zu. Juli, fang. Was habt ihr getan? Das ist ekelhaft. Jetzt habe ich Oktopus als Haare. Wie kann ich weiterleben? Ihr seid so grausam. Wie wird die dritte Runde dieser Challenge aussehen? Diesmal habt ihr Glück mit dem Preis. Seht mal, was für ein süßes kleines Hühnchen einer von euch bekommen wird. Und wieder einmal müsst ihr mit etwas sehr Ungewöhnlichem malen. Schminke euch, um wie ein süßes Hühnchen auszusehen. Ihr habt genau eine Minute Zeit. Los geht's. Ich kann nicht verlieren. Ich möchte wirklich mit dem Hühnchen befreundet sein. Ich will auch einen. Ich muss mich also beeilen. Wir alle wünschen uns einen so lieben Freund. Ich habe früher Hundemake-up gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Fähigkeit noch nutzen kann. Die Mädchen werden ziemlich gut im Make-up. Das muss ich ändern. Hey, was hast du getan? Du hast alles zorniert. Es tut mir leid. Ich habe es nicht gemacht. Weißt du was? Nimm das. Du wirst wissen, wie man mich vom Malen abhalten kann. Ach ja. Dann bekommst du auch etwas. Lass dich von vornherein alles auswaschen. Warum magst du mich nicht? Haha. Ihr seid so gruselig. Jetzt seht ihr nicht mehr wie Hunde, sondern wie Gespenste aus. Fass mich nicht einfach an. Die Zeit ist um. Es wird Zeit zu entscheiden, wer der Besitzer dieses Hundes ist. Witte, das ist ja furchtbar. Schatzi, so etwas darfst du dir nicht ansehen. Mira, du bist auch nicht besser. Dein Make-up ist zwar nicht mehr so gruselig, aber du siehst immer noch nicht wie ein süßes Hühnchen aus. Jule und du hast toll gemacht. Du bekommst gerade einen neuen Freund. Hurra. Seht nur, wie gut er aussieht. Und süß. Was seht ihr euch an? Ich muss irgendwie gegen die Konkurrenz kämpfen. Was ist das für ein Geruch? Oh nein, ein süßes Hühnchen hat es nicht so süßes Brötchen hingelegt. Wie geht's? Also, haben wir das Hühnchen bekommen und du hast nur seine Reste. Das ist gerecht. Mädels, in dieser Runde wartet ein toller Preis auf euch. Seht euch diese wunderschöne Halskette an. Und eine von euch wird sie bekommen. Und ihr werdet mit diesen Flaschen malen die farbigen Kleber mit Glitter einhalten. Ich glaube, das wird cool. Die Zeit ist um. Los geht's. Ich weiß genau, dass sie die Herrin dieser Halskette sein soll. Die anderen Mädchen passen einfach nicht in den Status. Wie dügt man diesen blöden Kleber überhaupt aus? Ah, alles ist runiert. Wie mache ich alles weg? Kann ich sie mit einer anderen übermalen lassen? Nein, funktioniert nicht. Was soll ich tun? Jule, das ist nicht lustig. Ich zeige dir. Oh, fass mich nicht an, ich zeichne. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie man eine Halskette zeichnet. Aber andere sollten es auch nicht bekommen. Milan, nichts für ungut, aber du musst die Kraft des Klebers an sich spüren. Alles läuft einfach perfekt. Ich muss nur noch ein paar Tropfen auf den Klebstoff hinzufügen. Fantastisch. Was ist das? Warum klebt die Flasche an meine Hand? Juli, bist das alles du? Ich? Nein, das ist Vita. Ach, tatsächlich? Sie muss also auch herausfinden, wie gut der Kleber ist. Aber nicht auf ihrer Hand, sondern in ihrem Gesicht. Bitte sehr. Ich finde, es steht dir sehr gut. Hilfe! Nähnt mir dieses Grausen ab. Jetzt fällt mir die Hälfte meines Gesichts. Ich brauche meine Augenbrauen sofort wieder an dem Platz. Mila, du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Ich zeige es dir. Stop! Die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Vita, du bist wieder raus. Das ist ein schreckliches Werk. Sei nicht beleidigt. Juli, du bist auch nicht besser. Mädchen, was ist mit euch passiert? Ihr könnt doch zeichnen. Mila, es ist gut, dass du mich immer glücklich machst. Ich denke, es besteht kein Zweifel daran. Der Preis geht an Mila. Herzlichen Glückwunsch. Wow, was für eine Schönheit. Jetzt werde ich das hübscheste Mädchen im Kreis sein. Juli, willst du auch so eine? Willst du, dass ich dich erstragen lasse? Ja, natürlich. Aber ich werde sie dir trotzdem nicht geben. Och, du schumpfst. Dann wird sie niemand beherrschen. Was hast du getan? Nun, ich fühlte mich schon wie eine Prinzessin. Es war so schön. Mädels, ihr hättet eure unglücklichen Gesichter sehen sollen. Keine Halskette kann euch nicht sehen.